Ich bin Baba in Prager, in Berlin-Frau, in der Konrad. Ich bin jetzt zu Wort und verstehe, wie was passiert. Und ich bin gerade am CSR, so wie ein ganzes Problem ist. So ein sehr, sehr schnelles Problem. So wie Sie hier sitzen, ist die größte Österreich. Die sind größer, die haben die Landwässer am Stamperland her. Da geben es 80.000 Einwohner in der Nähe eines Kunden ein. So viel ist es. Aber die Rechte, weil die Musik des Ganzen gleich bestrecken ist für Sie, fordern Sie zu beurteilen. Und so brauchen wir insgesamt 200.000 Einwohner.